Mein Name ist Peter Krabe, ich bin der geschäftsführende Gesellschafter der Firma Obenauf, bin ein erklärter Städter und wohne wahnsinnig gern in der Stadt. Wien ist da sehr gut geeignet, eine sehr schöne Stadt. Unsere Firma ist die Obenauf GmbH, die sich sehr stark spezialisiert hat auf das Bauen in der Stadt. Damit wir das sehr gut machen können mit unseren Mitarbeitern, haben wir uns zusammengesetzt und haben eine Mission definiert. Die Mission lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Das ist, die Stadt klimagerecht zu verdichten und qualitätvollen Lebensraum zu schaffen. In diesem einen Satz steckt wahnsinnig viel drinnen. Da steckt drinnen, dass wir nicht bereit sind, die letzten Äcker zu bebauen mit Wohnbau, sondern dass wir uns fokussieren möchten auf das Bauen in der Stadt. Wir verdichten, wir schauen, dass wir Freiräume schaffen, wir schauen, dass eine gute Qualität in der Stadt entsteht. Und das Schaffen von guten Flächen macht die Stadt attraktiv, soll einen Lebensraum bilden, der gut ist. Und das ist unser Ziel.